Hallo Freunde, hallo Flyshurfer Family! Ich bin Tom und ich freue mich mit euch die Testival-Saison 2007 eröffnen zu können. Wir sind hier in Holland, haben den ersten Testival-Tag hinter uns und freuen uns auf euch und auf euren Homespot, nämlich da kommen wir euch besuchen. Wir starten nächstes Wochenende über Ostern auf Fehmarn mit dem Flyshurfer Open und dann geht es los wieder Richtung Holland, Brauerstamm und am Ende April sind wir dann auf Rügen bei dem Surf Island. Ihr könnt euch überlegen, wir werden auf jeden Fall diesen Sommer richtig Gas geben, das vom letzten Sommer noch übertreffen und freuen uns einfach wenn ihr dabei seid. Wir werden in den nächsten Tagen ein Line-Up für euch fertigstellen, das auf der Flyshurfer Homepage hochladen und auch bei all unseren Shops werdet ihr natürlich dieses Line-Up auch auf den Homepages finden. Folgt uns bei Flyshurfer Popup-Testpoint-Gruppe, bei Facebook, da habt ihr immer die top aktuellen Informationen, die ihr braucht. Wir wünschen euch und uns einen riesen fetten Festival-Sommer, guter Wind, beste Conditions auf dem Wasser und auf dem Land und wir freuen uns auf euch, dass ihr unser neues 2017er Material testet. Bis bald und see you on the water.